Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einer neuen Serie, nämlich dem Machine Learning zu Deutsch Maschinelles Lernen, was ein großer Teil der künstlichen Intelligenz ist und deswegen auch immer wichtiger wird. Ich glaube ihr habt das mitgekriegt mit AlphaGo, das jetzt mittlerweile den Weltmeister geschlagen hat. Go ist ein unglaublich schweres Spiel, sogar schwieriger als Schachspielen und ich habe keine Ahnung vom Schachspielen, aber ich weiß, dass Go noch ein bisschen schwerer ist. Gut und ja, mittlerweile ist es immer spannender, immer wichtiger, eigentlich ist es ja das Gebiet von Menschen, aber man möchte heutzutage alles irgendwie automatisieren und deswegen benutzt man Machine Learning. Ja, wie gesagt, Machine Learning eigentlich Fachgebiet von den Menschen, Rechner sind eigentlich nur gut zum irgendwelche Sachen rechnen, deswegen heißen sie auch so und zum Beispiel keiner von euch kann wahrscheinlich die vierte Wurzel von irgendeiner richtig, richtig, richtig großen Zahl ausrechnen, wahrscheinlich nicht mal von irgendeiner kleinen Zahl, aber das ist auch ganz normal. Rechner wurden ja extra für solche Sachen gebaut, aber mittlerweile wollen wir sie dann doch für irgendwie alles benutzen, zum Beispiel in der Robotik oder sowas, aber zu den Beispielen kommen wir nachher noch. Wie ihr diese Serie gucken solltet. Also, am Anfang haben wir ein paar Grundlagen und diese Grundlagen, die sind irgendwie, ja, Grundlagen, deswegen heißen sie so, deswegen macht es Sinn, wenn ihr die alle guckt und wenn ich irgendwann mal, oder wenn ihr irgendwann mal auf irgendwelche Sachen stoßt innerhalb der Serie, die ihr nicht versteht, dann schaut ihr einfach mal bei den Grundlagen nach, da wird es dann wahrscheinlich erklärt sein. Und ansonsten ist die riesige Serie Machine Learning, die ich jetzt hier starte, unterteilt in mehrere Unterserien. Also, wir haben dann zum Beispiel Hidden Markov Modelle, Induktives Lernen, Analytisches Lernen oder Bias oder Base heißt er glaube ich eigentlich, oder Support Vector Machines oder natürlich Neuronale Netz, darf man nicht vergessen. Ja, und natürlich viele andere auch noch. Und ich möchte eigentlich euch nicht mal empfehlen, dass ihr alles guckt, weil wahrscheinlich werdet ihr irgendwann die Motivation verlieren, aber das, was euch interessiert, würde ich euch auf jeden Fall raten, das zu gucken. Und wichtig ist, dass ihr nicht nur eins davon benutzt, sondern beim Machine Learning ist es meistens so, ihr habt mega gute Ergebnisse, wenn ihr mehrere Verfahren auf einmal benutzt. Das heißt, ihr kombiniert zum Beispiel irgendwelche neuronalen Netze zusammen mit irgendwas anderem noch, also zum Beispiel dem aktiven Lernen oder sowas und dann habt ihr deutlich bessere Ergebnisse insgesamt. Und deswegen würde ich euch einfach raten, schaut euch mal die verschiedenen Verfahren an, welche für euch in Frage kommen. Jedes hat natürlich seine eigenen Fachgebiete, manche sind besser für das eine, andere sind besser für das andere. Und da ist es dann natürlich wichtig, dass ihr mal alle gesehen habt und dann vielleicht die, die ihr braucht, richtig schön vertieft. Und das möchte ich natürlich alles für euch haben. Warum solltet ihr überhaupt hier mal reingucken oder euch überhaupt damit befassen, was es hier gibt? Es gibt ja schon haufenweise Implementierungen von zum Beispiel neuronalen Netzen, die muss man ja nur noch eins zu eins benutzen und dann hat man schon alles. Das Problem hierbei ist, dass ihr oftmals nicht wisst, was benutze ich jetzt? Benutze ich jetzt irgendeine Boltzmann Machine oder benutze ich ein stinknormales Backpropagation neuronales Netz? Und wie benutze ich die ganzen Dinge ab? Wie setze ich meine Gewichte, wie viele Hidden Neurons benutze ich und so weiter und so fort? Die Fragen werden wir alle klären und ich werde euch dann sagen, okay, es ist nicht ganz so einfach. Ihr müsst schauen, was ihr für ein Problem habt und dann je nach Problem gucken, was ihr da habt. Wie gesagt, bei Interesse oder je nach Views bzw. Likes natürlich auch, werden wir vielleicht hier noch weitermachen nach dem Machine Learning weitere Serien zum Thema KI, also AI auf Englisch dann. Zum Beispiel, wie wird das Wissen organisiert oder was ist Effective Computing? Also zum Beispiel, wenn ihr euren PC Gefühle verpassen wollt, das ist nämlich auch gar nicht so einfach. Also es sind natürlich keine echten Gefühle, es sind natürlich dann immer nur so simulierte Dinge, aber das sind dann Serien für sich. Hier soll es wirklich nur um das Lernen an sich gehen und teilweise werden wir vielleicht in die Praxis reingehen. Manche Sachen habe ich auch schon programmiert, zum Beispiel könnt ihr mal gucken, unter den Java Videos findet ihr ein neuronales Netz bzw. kein richtiges Netz, sondern ein einzelnes Neuron und wie man dieses einzelne Neuron trainiert. Das sind sozusagen die grundlegenden Sachen. Wenn hier Interesse besteht, dann werden wir natürlich auch noch weitergehen und vielleicht ein paar Sachen in Python machen oder dies oder das. Mal gucken. Python eignet sich dafür eigentlich relativ gut wegen den ganzen geilen Bibliotheken. Ja und zum Schluss möchte ich euch noch kurz sagen, warum ist Machine Learning so extrem wichtig heutzutage? Ihr habt wahrscheinlich eine Ahnung davon, deswegen seid ihr auch hier. Zum Beispiel Gesichtserkennung wird immer wichtiger, Gestenerkennung oder Spracherkennung sowieso, Spracherkennung ist schon relativ weit. Dafür benutzt man zum Beispiel ein anderes Verfahren, also bei Spracherkennung sind es die Hidden Markov Modelle zum Beispiel, die immer recht geil sind. Aber wenn ihr zum Beispiel kognitive Automobile habt, das sind Autos, die von selber fahren können, zum Beispiel ein automatisches Einparken, da muss man ja irgendwie Bilder verarbeiten, muss erkennen, was auf den Bildern drauf ist. Das macht man häufig mit einem neuronalen Netz oder mit Support Vector Machines oder sowas. Und ja, zuletzt darf man natürlich die Robotik nicht vergessen, die ist nämlich auch extrem wichtig. Zum Beispiel, ja, derjenige muss erkennen, mit wem rede ich hier gerade. Rede ich mit einem Mensch oder was steht mir da gegenüber? Kleine Anekdote hier am Rand. Irgendwann am Anfang eines neuronalen Netzes, also ganz am Anfang, bevor es richtig trainiert wurde, hat sich mal ein Roboter aus Versehen mit einer Bohrmaschine und einem Wandteppich unterhalten. Weil sie irgendwie nicht, oder weil der Roboter und das neuronale Netz nicht gerafft haben, dass das eigentlich ein Wandteppich ist und kein Gesicht. Das heißt, ihr seht, hier besteht noch deutlicher Handlungsbedarf. Natürlich auch das Bewegen von Robotern ist irgendwie mit Machine Learning im Prinzip. Und da gibt es haufenweise wichtige Sachen, die ihr alle kennen müsst. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf, genauso sehr wie ich. Und deswegen, ja, das war es eigentlich erst mal. Genug gelabert. Fangen wir dann mit dem nächsten Video so richtig an. Ich hoffe, ihr freut euch und wir hören uns beim nächsten Mal liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Und vergesst nicht, mich auf Facebook zu abonnieren, wenn ihr irgendwie Abstimmung oder sowas wollt oder Infos, was für neue Serien kommen und so weiter und so fort. Die sind alle dort, natürlich auf Twitter oder auf Google Plus mittlerweile sogar. Okay, dann war es das und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.